So, Folge 12. Wollen wir mal gucken, was wir da reinkriegen. Ich mach mal die Augen zu, nehmen wir das Päckchen. Dann zieht sich die Celebrations aus. Ich mach's wirklich nicht mit Absicht, Leute, wirklich nicht. So. Ich werde trotzdem das Ku-Vak ziehen. Ja. Träum weiter. So, wollen wir mal gucken, was wir da drin haben. Ich hab doch meinen Wunschzettel geschrieben. Dann ist das noch was ganz, ganz anderes. Die Wunschzettel sind unumgänglich. Ich hab was Rotes durchblitzen sehen. Entweder es ist ein Groudon oder Josef verflucht mich gleich. Wir haben ein Cosméon, ein Cicron, ein Rishivam und ein Säuger Leo. Dann seht ihr euch morgen mit dem Josef wieder. Tschüss.